Elisabeth? Ist das du? Betty? Lissi? Lissi, bist du hier? Alice? Lissi? Hallo? Hey, wer da ist? Betty? Elisabeth? Warte! Wo bist du? Lissi? Lissi, es gibt jemanden draußen. Es könnte Betty sein. Bist du hier, Lissi? Lissi? Fischer? Bist du hier, Lissi? Lissi? Bist du nach oben? Vielleicht auch über das Eis zu laufen, ab und zu, wenn es zugefroren ist. Draus gehen... Wer ist da? Hallo? Betty? Lissi? Lissi? Ich bin nicht alleine. Hä? Was ist denn das für ein Abdruck? Oh, Storch ist zugeschlagen. Was ist denn das? Da saß jemand, oder? Da ist kein Schuhabdruck. Das ist noch was anderes. Bleibt man es immer noch? Hat keiner die Fahne hochgezogen? Betty? Ach, bitte mach keinen Blödsinn, Lissi. Ich kann dich hören! Alice, wo bist du? Vor allem, es ist so neblig. Es hat geregnet. Das heißt, es ist rutschig. Ein Gebiet, wo wir uns schlecht auskennen. Perfekt, dass wir hier lang laufen. Im Dunkeln. Aber natürlich... Wenn wir unsere... Schwester wahlweise jetzt auch noch unsere... Hat sie uns jemals als Daddy bezeichnet, eigentlich? Hast mich immer vergessen, als es um sie ging. Wirklich. Können Sie mich hören? Wer geht da? Warte! Gucken wir mal. Ein Gepisch. Ist sowas umgefallen? Wer ist da? 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 Es gab übrigens auch mal ein schönes Spiel. Da war eine blinde Frau. Und sie konnte immer ein... Also... Es hat... Es hat... So Geräusche haben... Also wenn wir was gesagt haben... Diese... Unsere Schallquelle... Also wir sozusagen. Und die Schallwelle hat es kurzzeitig sichtbar gemacht. Auch wenn... Wenn andere was gemacht haben. Und das war immer interessant, dass wir damit die Umgebung sozusagen so... Uns mal aufgedeckt haben. Sehr schönes Spiel auch. Eignet sich aber leider überhaupt nicht, glaube ich, für ein Let's Play. Lissi? Überall mal so ein bisschen Mini-Mauerreste. Ich hätte mich jetzt schon vorlaufen. In der Nacht. Na, guck, eine Ziege. Geh da bis zu der Stelle hin. Betty, ist das du? Du folgst gerade... ...ein Geräusch in der Umgebung dem nächsten. Und erwartest, dass eins davon ein sinnvolles Geräusch ist von... ...den beiden Menschen? Schwierig, würde ich sagen. Oh, das geht aber... Ah, ich will gerade so ansuchen. Scheiße. Unsere Brille. Der Matsch, der Matschboden. Elisabeth, bist du da? Die Geräusche, das ist so richtig atmosphärisch schön gemacht. Der Lichteinfall noch. Da ist irgendwas, ich kann es schlecht sehen. Das ist ein Grabstein. Käfisch, oder? Eine Reuse. Ne, wie heißt das? Diese Käfische, diese... ähm... Krebs... Käfische? Sind das Reusen? Ist das nicht die Mütze? Ist das nicht die Mütze? Wo ist unser Boot? Lissi! Etwa ist nicht froh darüber, dass sie nach Einbruch der Dunkelheit allein draußen unterwegs ist. Etwa ist sich nicht sicher, dass sie richtig verstanden hat, was mit dem Boot ist. Und Betty. Ich würde alles gerne lesen, bevor ich was auswähle. Unser Boot... Es ist weg! Das Boot... Was? Vielleicht hast du es nicht richtig gebraucht. Ich habe es abgeholt, aber... Ich weiß nicht... Ich dachte, ich hätte es sicher gebraucht, aber... Sie sehen, Betty? Ich sehe... Was sprachst du? Ich denke... Betty... Es war... Betty, ich... Es war sie. Es muss sie sein. Ich sah sie in der Tür. Und... Und sie verfluchte in die dunkle, nach dem Meer. Ich habe wirklich nicht jemanden gesehen. Ich habe keine Einheit gesehen. Sie sind sicher, dass es sie ist? Ja! Ich... Ich meine... Ich sehe ihre Gesichter, und... Es sah wie sie. Wenn es sie war... Warum hat sie weggezogen? Ich... Ich... Ich weiß nicht... Ich weiß... Es wird schmerzt. Zurück zur Haus. Und morgen... Dann morgen... Tomorrow ist ein anderes Tag. Wir müssen es herausfinden. Jetzt... Wir müssen dich auswählen. Schau dich an. Du hast du seltsam. Und dann musst du wirklich schlafen. Du musst mich auswählen. Wieso sind sie draußen gewesen? Ich frag mich. Ja... Komm... Ich hab mich fast hochgewoben. Ok, wir laufen automatisch hoch. Interessant. Tag 2. Wir haben ein Achievement gekriegt. Blauer Himmel in Norwegen. Mal ganz kurz Achievements aufrufen. Morgen, Edward. Gleiche Stelle, wo wir gepennt haben. Ich hoffe, wir haben uns davor gesäubert, bevor wir uns hier aufs Sofa gesetzt haben. Wo sind alle Leute her? Ja, wenn wir gepennt haben, das sieht anders aus. Und wenn unser Kopf wirklich hier gelegen hätte, dann hätte wir doch das Kissen genommen, oder? Unser, ah, schönes Unterhemden. Unterwäsche. Wasser, was man so braucht. Salz- und Pfefferstreuer. Dokument. Oh, schön gepackter Koffer. Wir sehen uns mal im Spiegel an, wie wir ausschauen. Schauen. Ich hoffe, ein bisschen besser. Geht. So. Ich werde dich wieder finden finden. Wiederfinden. Wiederfinden im Gegensatz zur Nacht, oder meint er Wiederfinden überhaupt? So, und die wurden uns immer noch nicht gekommen. Haben wir überhaupt Lichter gesehen irgendwo? Teddy, komm raus! Es ist ein schöner Tag! Das mag sein, aber... Immer noch Gast, ja. Moment, hat die nicht gerade draußen get... Die hier gerade draußen rumgetanzt? Ist das dort? Schön, aufgenommen, nochmal anschauen. Habe ich jetzt aus dem Augenwinkel nur mitbekommen. Wir gucken jeden Tag mal in die Küche. Müssen wir bestimmt was bald zu essen machen. Ah, okay. Ofenfeld. Ja. Fleisch rum. Ich hoffe, es ist gut gepökelt. Dass es auch hält. Geschirrschränke. Speisekammer. So, was steht denn... Hier ist ein Zettel. Okay, alles klar, weiß ich, ich bin zu früh. Jetzt aber stimmt jetzt. Ah, es ist ein schöner Tag, aber wollen wir nicht erst was essen. Ah, ist okay. Ich habe gerade überrascht auf dich, wenn du aufgewacht hast. Schau dir gut? Ich habe so gedacht, Betty. Sie war in der Garten. Und sie hat mich aufgeworfen. Wie geht es dir, Lissy-Küriere? Oh, du kennst mich, alte Früge. Wie erwachst du am ersten Licht? Die Fretlands kamen nicht nach Hause, haben sie? Sie haben nicht. Es gibt keinen Sinn von jemandem. Außerhalb des letzte Nachts Mistwalker. Ich habe mich über das gedacht. Ich... Das war auf jeden Fall ein Traum. Ich habe gerade geworfen. Ich war grogge und... Die Mütze war das dickeste P-Soup. Ich weiß nicht, ob ich gesehen habe, was ich dachte, dass ich gesehen habe. Du kennst einen Gehirn? Ich habe nicht gut gesehen. Ich bin nicht sicher, dass jemand da war. Oh, es muss jemanden hier sein. Und ich bin nicht über Gehirn. Oder Gehäte. Gehäte. Was, was du gesagt hast, gestern? Vielleicht sind sie uns durch die Fenster. Ich nehme ein Gehirn. Die Fretlands werden bald wieder zurück. Und Betty ist hier. Ich weiß es. Ich fühle es. Wenn du so gesagt hast, Teddy Bear. Hast du noch deine Nudelgeuse? Ich bin nicht rummaging. Ich bin nicht rummaging. Du bist eine Pille ohne dein Tee und Toast, Old Bean. Wir müssen dich verschenken. Ich bin nicht fach. Erstens, Punkt auf der Agenda. Find die Natives. Eine Mission? Oh, ein Hund! Ich werde vorhin schreiten. Ich will dich bei diesen Häusern treffen. Lass uns deine Gehirn herausfinden, Skorvik. Da sind Steine, da ist die Küste und da ist das Boot weg. Okay, wir können hier die Seiten umblättern. Äh, wie komme ich da hin? Dress, ah, okay. Uncharted Vibes. Oh, das ist... Ah, wir können jetzt... Ah, sehr cool, jetzt können wir lesen. 4. August 1923. Sehr geehrter Mr. Harden, ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie bei Gute Gesundheit. Mein Ehemann Johann und ich haben Ihnen am 9. Juli geschrieben... Haben Ihre nach dem 9. Juli geschriebenen Briefe erhalten. Wir möchten Sie hiermit im Oktober in unser Heim einladen. Macht sich keine Gedanken, dass Sie uns zur Last fallen könnten. Was wir da geschrieben haben, ihr wisst... Wir haben nur ein Kind, unsere Tochter Ruth. Und mehr als genug Platz für einen Besucher. Leute, Obacht geben. Und mehr als genug Platz für einen Besucher. Wir haben auch in dem Reisebrief geschrieben, dass wir die Reise antreten. Vorsicht. Ich gucke dann gleich mal aus, wie es im Englischen ist. Ob da steht, für mehr als ein. Das ist ja okay. Solche kleinen Sachen sind, glaube ich, sehr wichtig. Wir waren sehr besorgt, vom Verschwinden Ihrer Schwester zu erfahren. Unglücklicherweise haben wir keine Neuigkeiten für sie. Ich glaube auch nicht, dass sie schon in Grabig angekommen ist. Ich habe nachgefragt und werde Ihnen einen weiteren Brief schicken, wenn ich etwas erfahre. Ich bin mir sicher, dass es ihr gut geht und dass es auf ihrer Reise lediglich eine Verzögerung gab. Was ihre Reise angeht, so fürchte ich, dass es leider keine Fähre mehr von Arlesund nach Grabig gibt. Sie werden also selbst einen Transport über den Fjord arrangieren müssen. Bei Ihrer Ankunft finden Sie unseren Hof auf dem Hügel. Es gibt eine Straße von der Anlegestelle aus, die am Laden vorbeiführt. Unser Hof ist leicht zu erkennen. Er ist das größte Haus im Dorf. Beschreiben Sie uns noch einmal, wenn Sie Ihre Reise geplant haben oder von Ihrer Schwester hören. Mein Ehemann, ich freue mich darauf, Sie im Oktober persönlich kennenzulernen. Hochaktionsvoll. Anna Fredland. So, bitte, wo steht das jetzt? Tochter Ruth oben. And we have only one child or daughter Ruth and plenty of room for a visitor. Und mehr ist genug Platz für einen Besucher. Ja, das ist schwierig, wie man es auslegen kann. Kann natürlich eine allgemeine Floskel sein, kann aber genau bedeuten... Oh, ich kann sagen, RT ist hier für Rennen. Das ist eigentlich für ein kleiner... Das ist in einer Bord. Das sieht relativ leer aus, dieser Heuboden. Ah, wir können nicht runterfallen. Wir sehen ja immer an diesen weißen Punkten, was wir interagieren können. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie tiefgehend wir schauen müssen. Ich habe mich diesmal nicht in Achievements eingelesen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Okay, einen Brunnen gibt es hier. Zeichnen. Was heißt zeichnen? Werden wir ein Bild oder zeichnen wir unsere Karte weiter? Oh. Wir setzen uns hin. Wir ergänzen die Karte. Schön, ruhig. Das ist so entschleunigt, oder? Aber wo sind die ganzen Dorfbewohner? Und warum gibt es keine Fähre mehr? Hierher. Und hätten uns nicht jemand was sagen müssen, wenn zum Beispiel die Stadt verlassen ist? Aber dafür sah sie auch noch zu gut aus. Oh, es ist vor kurzem erst passiert. Was ist dieser kleine braune Fleck hier neben dem Brunnen? Was verbuddelt worden? Ich weiß nicht, ob ich irgendwann hier eingreifen muss. Muss ich ehrlich gestehen. Ich warte mal ein paar Sekunden. Ja, es wiederholt sich. Gut. Okay, haben wir hier eine Zeichnung gemacht. Sehr schön. Sind wir also Künstler? Dieser Platz ist mir... Leute, das wird noch wichtig. Ja. Machen wir einen Keller. Das wird auch nochmal interessant. Ich würde jetzt übrigens rennend mich fortbewegen. Einmal ein paar Ziegen. Sind die komplett eingeferscht? Na gut, da ist Felswände. Na ja. Das Irrschen. Wahrscheinlich schon, weil hier ist jetzt der Durchgang. Hast du Bock drauf, sag ich dir. Okay. Können wir hier rein? Nein. Gut, dann würde ich sagen... Oh, ich gucke mal, wie hübsch das auch gerade ist mit dem Licht hier, die weißen... weiße Holz. Also gut lackiert, oder? Es ist... Ja, gut, ein paar Abnutzung ist schon, aber insgesamt ist ja noch alles gut. Schön. Wo sind Sie? Bei den Vilderbäumen, Teddy! Okay, wir nehmen mal den direkten Weg runter. Obwohl, da drüben... Das, diese Steine, das hatte ich schon auf dem Plan gesehen. Übrigens Plan, ganz wichtig. Sehen wir da jetzt, wo wir sind? Er hat sich bewegt, auf jeden Fall. Gut. Sind das Grabsteine? Ach nee, das sind Bäume, die oft ploppen. Alles klar. Ihr habt das gesehen, aber in der Entfernung sah das gerade aus, wie mehrere kleine Steine, die da standen. Okay, vielleicht bin ich einfach nur paranoid gerade und versuche viel zu viel reinzudeuten in das Spiel. Was es aber unterhaltsam macht. Die Wege sind auch kaum laublich drauf, also... Können ja noch nicht hin. Der Weg zur Körke. Da ist wieder ein Brunnen, aber die Abdeckung ist abgenommen. Da oben. Okay. Was? Vorreder? Retter? Ja, ist okay, jetzt bin ich gerade nicht. Steht der... Steht der Verräter. Hey, Eis ab hier! Okay, wir wollen uns erst mal eine Tochter haben, ich glaube, das ist erst mal wichtig. Fallen vielleicht? Ja, ähm... Fallen vielleicht? Und hier in die Hand. Was do you think I'm doing? Vantagepoint. Like on a Pirateship. I can probably see our house in Hanover Glaub ich ja nicht. Es muss jemanden sein. Nur ein Weg, um herauszufinden, alter Sport. Hast du alle die Häuser checkt? Danke.